Hallo Steinchen-Fans, herzlich willkommen zurück in der Bausteinecke. Mein Name ist Matthias und schaut mal, was ich euch heute mitgebracht habe. Von Kader die 64005 der Alfa Romeo C42 Formel 1 Wagen aus 1868 Lämmenbausteinen für knappe 100 Euro. Und der ist wie immer natürlich unten in die Bausteinecke verlinkt. Und das ist dieses Mal sogar ganz besonders interessant, denn nach meiner Recherche bin ich aktuell der einzige Händler, der ihn online hat. Und vor allem, er ist noch nicht mal ein halbes Jahr auf dem Markt und schon wieder EOL. Das heißt, er ist so nur noch ein sehr, sehr begrenzter Stück zu bekommen. Er wird nicht mehr produziert, er wird nicht mehr hergestellt, obwohl es ein wirklich, wirklich tolles Set ist. Und das zeige ich euch gleich, denn erst zeige ich euch die Box. Und die sieht so aus, ähnlich wie beim AMG, sehr schön clean gestaltet. Finde ich sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Genauso, wenn wir hier innen reingucken, auch da fühlen wir uns an die 61503 erinnert, an den AMG One, der hier da hinter mir steht. Das sieht schon relativ ähnlich aus. Ich mag diese cleane, aber doch sehr, sehr schöne Aufmachung. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier noch ein Bild von dem Formel 1 Wagen rundherum. Auch das mag ich immer sehr, sehr gerne. Und dann die Rückseite. Da haben wir dann schon zum einen natürlich nochmal eine andere Ansicht. Nochmal ein paar Details. Finde ich sehr schön. Der kommt dann mit einer riesig, riesig dicken Anleitung. Also beim AMG hatten wir, glaube ich, zwei davon. Und waren auch doppelt so viele Teile, aber ähnlich dick. Also riesen Ding. Und an sich sehr gut verständlich. Hier vorne haben wir dann wieder, wie das Kada gerne macht. Die Bilder des Original, des lizenzgebenden Autos. Und was ich halt bei Kada extrem cool finde, was Lego sich niemals trauen würde oder niemals trauen sollte, bei dem Unterschied, den man da dann oft sieht. Also hier ganz, ganz, ganz viele Bilder vom Original. Und dann sowas hier. Direkte Gegenüberstellungen vom Original zum Modell. Und gerade das hier finde ich mega cool. Da sieht man, man sieht halt, dass man es nicht sieht. Aber hier, von da nach da, das Bild ist diagonal geteilt. Das heißt, hier der untere Teil, da ist das Klemmbaustein-Set. Hier oben ist das Original-Auto. Und ich finde, die Linien gehen wirklich unglaublich gut ineinander über. Also klar, hier der Lufteinlass, der ist natürlich Klemmbaustein-bedingt ein bisschen anders. Aber ansonsten, finde ich, ist das schon extrem gut umgesetzt. Wir haben einen kleinen Fehler in der Anleitung, den ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Wir haben hier sonst Kada-typisch. Die neuen Bauschritte sind entweder rot oder blau umrandet. Je nachdem, welche Farben man sonst so rundherum hat, wie man es halt besser erkennen kann. Aber wir haben hier bei Schritt C93, wo ist er, da ist er, da wird hier oben angegeben, dass wir das Teil, so ein Paneel, R15 bräuchten. Das ist nicht der Fall, wir brauchen ja das Teil R13. Das sehen wir auch hier unten, hier ist das richtige Teil dargestellt. Aber hier oben, die angegebene Nummer ist falsch. Das solltet ihr wissen. Nicht, dass ihr da nach dem falschen Teil sucht. Mir ist es passiert, ich habe natürlich erst mal eine Weile nach dem falschen Teil gesucht. Beziehungsweise hatte das Teil, dann habe ich mich dann gewundert, warum es nicht passt. Bis ich dann festgestellt habe, ach warte, auf dem Bild ist ja eigentlich ein ganz anderes zu sehen. Probierst du das doch mal. So, kommt dann auch mal weg. Und dann kommen wir zu einem Teil, der mir gar nicht gefällt. Den ich wirklich nicht schön finde, weil ihr habt jetzt gesehen, wir haben hier ein paar Drucke, aber wir haben auch das hier. Und das ist nicht ein Bogen, das sind drei volle Bögen Aufkleber plus hier der halbe. Kader hat uns gezeigt, dass sie es auch anders können. Kader hat uns gezeigt, dass sie auch sehr, sehr gut drucken können. Und wie gesagt, hier die Reifen sind bedruckt. Also sowohl die Flanken der Gummireifen als auch die Felge. Und dann haben wir hier alles voll mit Aufklebern. Ich muss sagen, ich kann das in Teilen verstehen, weil halt hier die ganzen Paneele bedruckt sind und so. Also das wäre ein unglaublicher Aufwand, das zu drucken. Ein unglaublicher Aufwand. Gerade weil die auch hier teilweise über mehrere Teile dann noch gehen. Und dann halt wirklich hier ist ein Kleeblatt irgendwo drauf. Das geht über zwei Teile dann. Und das dann wirklich passend zu drucken, das ist schon eine Herausforderung. Ich kann es durchaus nachvollziehen. Es wäre wahnsinnig teuer geworden. Und wir wären garantiert nicht bei 100 Euro pro Set geblieben, wenn wir das gedruckt hätten. Aber das hier tut schon weh. Also das ist schon wow. Muss man wissen. Es gibt viele Leute, die es nicht stört. Es ist auch ein sehr, sehr beliebtes Set. Deswegen verstehe ich auch nicht so richtig, warum es EOL geht. Also es verkauft sich bis dato sehr gut. Ich bin sehr glücklich mit diesem Set. Aus Händlersicht. Also es gibt scheinbar viele Leute, die es nicht stört. Aber trotzdem haben sich leider entschieden, den jetzt schon wieder EOL zu nehmen. Wir kommen zum Set. Wir haben die Aufkleber gesehen. Schlechte Dinge abgehakt. Ich habe noch einen Punkt im Set, den ich euch zeigen muss, den ich nicht gut finde. Ansonsten sind wir mit den schlechten Dingen schon durch. Wir messen ihn erst mal aus. Schnappen uns das Messometer. Und dann haben wir hier, ist ja ein 1 zu 8 Modell, eine Länge. Nehmen wir mal das Rücklicht, das steht noch hinter dem Spoiler so ein klein bisschen raus. Nehmen wir die gesamte Länge. Dann haben wir hier gute 67, 68 Zentimeter. Das ist eine Menge. Das ist viel. Dann nehmen wir hier die Hinterreifen, weil die Hinterreifen sind breiter als die Vorderreifen. Muss man auch schon mal wissen. Wir haben hier zwei verschiedene Reifen, also vorne schmal, hinten breit. Und wir haben vier verschiedene Felgen, weil die auch spiegelverkehrt gedruckt sind. Je nachdem für welche Seite. Das heißt, wir haben hier hinten eine Hinterreifen, eine Breite von 26 Zentimetern. Hier vorne sind es 23 und hier vorne am Flügel haben wir knapp 25. In der Höhe haben wir dann 12,5. Sowohl hier oben, ich glaube, dass das die im Original die Kamera ist, die dann die Fahrerperspektive filmt. Möchte überhaupt mit dieser kleine Pinnappel da oben. Ich muss euch sagen, ich bin der, der Held würde jetzt sagen, ich bin der Vorsitzende aller Formel 1 Fanclubs. Also ich habe, von Formel 1 habe ich die perfekte Ahnung. Ich kann euch genau sagen, worum es geht. Ich weiß genau, wofür welches Teil da ist. Ich kenne diese Autos praktisch auswendig. Ja, also ich glaube, dass das die Kamera ist. Das ist halt der höchste Punkt hier vorne und hier hinten des Spoilers ja etwa gleich hoch. Das heißt, da haben wir jeweils 12,5. Dann haben wir dieses Auto und ich glaube, ich zeige es euch erstmal in der Rundumansicht. Allerdings diesmal nicht in der Baukamera, denn dafür ist es einfach zu groß und es ist schon wirklich schön. Und es ist stabil. Das seht ihr hier. Ich kann es gut einfach so anfassen. Ich brauche mir da keine großartigen Gedanken machen. Hinten das Rücklicht. Ist ja auch wichtig. Damit auch bei Nebel und so der hinter einem fahrende Rennfahrer einen sehen kann. Ganz wichtiges Ding. Wir kommen ganz kurz zu dem Negativpunkt, weil danach kann ich dann nur noch auf positive Dinge eingehen. Das gefällt mir dann sehr gut. Wir haben hier eine Federung. Der ist vorne gefedert, der ist hinten gefedert. Und ihr habt es jetzt schon gesehen, wenn ich ihn hochhebe, dann können wir ihn einmal tief einfedern. Dann kommt der aber nicht mehr so richtig hoch. Hinten ist es genau das Gleiche. Ist bei einem Formel 1 Wagen jetzt nicht so schlimm, weil der soll ja prinzipiell sehr, sehr flach auf dem Boden liegen. Und wir haben immer noch Federweg. Das durchaus. Aber auch die Art, wie die Federung gebaut ist, gefällt mir persönlich gar nicht. Hinten ging es noch. Vorne war es wirklich ein Krauss-Vormelei. Ich musste durchatmen. Ich musste bei der vorderen Federung wirklich durchatmen. Denn wir bauen nicht, wie wir es von vielen, vielen anderen Autos kennen, die Federn irgendwo statisch ein. Sondern es wird ein jeweils vorne und hinten. Es sind acht Federn drin. Ich kann es euch auch mal ganz kurz zeigen. Hier hinten sieht man sie nämlich noch. Da. Da wird so ein Pack aus vier Federn gebaut. Jeweils zwei übereinander. Dann ein kleiner Abstandshalter und dann nochmal zwei daneben. Und dann wird das im Endeffekt lose da reingelegt. Von allen Seiten umbaut. Und von vorne kommt dann, oder in dem Fall jetzt von hinten, kommt dann, ohne dass es wirklich mechanisch verbunden ist, drückt dann einfach auf die Außenseite der Federung, drückt dann der Verbinder. Hinten sind die auch nicht besser. Also die sind wirklich in diesem Viererpack lose reingelegt. Sowohl hinten als auch vorne. Das funktioniert. Das funktioniert scheinbar auch relativ gut. Aber das, also hinten war es okay. Kam mir ein bisschen komisch vor, aber hinten war es okay. Vorne war es wirklich nicht groß. Das war wirklich wenig spaßig, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe es euch gar nicht von hinten, äh, von oben und unten gezeigt. So sieht es nämlich dann hier von oben aus. Und so von unten. Wir haben, abgesehen von dem Gelb und dem Orange, hier vom Differenzial und von dem Antriebsstrang, keinelei dusseligen Farben drin. Wir haben hier schwarz, auch die Pins, Dreierpins. Wir haben hier übrigens jede Menge Ersatzteile. Das sind vor allem Pins. Die Teile hier brauchen wir gar nicht. Ich nehme an, dass der theoretisch für eine Fernstörung vorbereitet sein soll. Deswegen haben wir das große Lenkrad dabei. Ich wüsste ganz ehrlich nicht, wo die Akkubox hinkommen soll. Im Gegensatz zu anderen Kadermodellen, wie der 61-020 zum Beispiel im R35 oder der 61-045, dem Porsche, ist auch kein zweiter Teil in der Anleitung für den Umbau. Aber es ist theoretisch Platz für einen Motor drin. Wie gesagt, Akkubox müsste man schauen, wo die hinkommen. Und dann würden hier die Teile auch Sinn ergeben, weil das sind die Teile, genauso wie dieser kleine Verbinder, die man nutzt, um an die Fernsteuerung, jetzt hier beim AMG wieder, das Lenkrad anzubauen. Das sind genau die Teile, die man dafür nutzt. Nur die Fernsteuerung selbst fehlt halt. Und ja, deswegen ergibt es für mich nur dann Sinn, dass es dabei ist, wenn theoretisch eine Elektrifizierung vorgesehen ist, auch wenn sie nicht in der Anleitung beschrieben wird, leider. Also wie gesagt, selbst die Pins, alles schwarz. Wir haben gar keine dusseligen Farben drin. Wir haben weiß, wir haben dunkelrot, wir haben schwarz und ein bisschen hellgrau. Und wir haben ein paar von den Achsen hier, die mit integriertem Achsstopper, sieht man hier in Dark 10 zum Beispiel. Wir haben auch ein kleines bisschen Dark-Bushtray. Und das war's. Abgesehen von den gelben Teilen und von dem orangenen Differenzial sind da keine anderen Farben drin. Finde ich sehr schön. Macht es natürlich hier und da auch ein klein bisschen komplizierter zu bauen. Ich persönlich finde das aber sehr, sehr gut. Ich mag die Herausforderung, gerade bei so großen 1 zu 8 Modellen. die sollen halt auch nicht einfach sein. Und das macht mir dann persönlich großen Spaß und mir hat beim Bauen wirklich großen Spaß gemacht. Ich fand's total toll. Es gibt da so ein paar Stellen, die wirklich knifflig sind. Auch hier diese Seitenteile hier in Rot anbauen zum Beispiel. Das war schon gut knifflig. Das war... Das ist vielleicht auch nochmal wieder abgefallen. Aber wenn du es dann richtig dran hast, dann hält es auch. Wir haben an dem Auto... Also hier würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt groß dran hochheben. Also wackeln kannst du da dran. Da passiert nichts. Aber ich würde es da dran nicht hochheben. Alles außenrum... Da gibt es keine No-Touch-Area. Du kannst ihn auch hier am Spoiler hochheben, wenn du möchtest. Das ist gar kein Thema. Das funktioniert. Das Ding ist wirklich stabil. Und damit bin ich wirklich sehr, sehr froh. Auch hier hochheben. Ich kann ihn auch hier hochheben. Ich kann ihn auch hier hochheben. Das ist alles gar kein Thema. Und das ist halt das, wie für mich ein solches Technik-Set sein sollte. Stabil, gut aussehend, mit Herausforderungen beim Bauen. Und das erfüllt er. Absolut. Und für 100 Euro, finde ich, ist es ein absoluter Schnapper. Wir haben natürlich auch eine Lenkung dabei. Entschuldigt bitte, ich bin noch so ein kleines bisschen krank. Wir haben eine Lenkung dabei. Das heißt, wenn wir ihn jetzt hier hochnehmen, dann seht ihr hier innen drin, das Lenkrad bewegt sich mit. Der Wendekreis ist zugegebenermaßen sehr, sehr abenteuerlich. Also ich kriege es hier auf meinem Tisch nicht, den zu wenden. Das ist... Ne. Also ich weiß nicht, wie der Wendekreis bei echten Formel-1-Autos ist. Ich habe eigentlich irgendwie, wenn ich denn mal Formel-1 geschaut habe früher, immer das Gefühl gehabt, dass die einen ziemlich krassen, engen Wendekreis hatten. Hat der hier nicht. Da darf man sich in der Tat keine Illusionen machen. Jetzt habe ich euch eben erzählt, dass er nicht motorisiert ist und dass er nur vielleicht elektrifizierbar ist. Warum haben wir dann ein Differenzial? Ganz einfach. Wir haben hier von der Hinterachse durchaus einen Weg zu einem Motor, nämlich zu einem gebauten Motor. Da ist hier, ich glaube, man kann ihn wirklich nicht sehen. Vielleicht hier irgendwo? Ja, so ein kleines bisschen. Ich drehe ihn einfach mal rum. Da seht ihr auch nochmal wieder, wie stabil das Ganze ist. Wir haben hier das Differenzial. Dann gehen wir hier vor auf die Kraftübertragung und gehen hier weiter. Und da innen drin, da seht ihr, da bewegt sich was. Und das ist im weitestgehend übertragenen Sinn eine Nockenwelle, die sechs kleine Zylinder hochhebt und wieder absenkt. Und die hier unten drunter verbaut sind, genau da, die sieht man beim fertigen Modell nicht mehr. Aber man weiß halt, es ist ein Modell eines mitlaufenden Motors drin. Das finde ich schon ziemlich cool. Das sollte, finde ich, bei so einem Fahrzeug auch drin sein. Also wir haben theoretisch einen Antriebsstrang drin, der halt rein symbolisch ist. Aber für ein schönes Displaymodell, für ein schönes Standmodell, finde ich, ist das auch absolut mehr als ausreichend. Ich finde ihn total klasse. Ich würde euch wirklich gern noch sehr viel mehr darüber erzählen, wenn ich denn Ahnung von Formel-1-Autos hätte. Wenn ich euch denn jetzt sagen könnte, ja, also das hier, der Flügel da, das ergibt total Sinn und auch die Abstände sind total super. Könnte ich jetzt versuchen, würde ich mich wahrscheinlich hart lächerlich machen bei, weil ich halt einfach keine Ahnung davon habe. Ich finde ihn einfach als Modell super schön. Ich finde die bedruckten Reifen extrem cool. Er hat mir Spaß gemacht beim Bauen. Wie gesagt, hier und da ein bisschen knifflig, aber ich mag die Herausforderung. Und ich denke, dass es den meisten Leuten, die sich an so ein Modell wagen oder auch an so ein Modell, dass die auch wollen, dass das Ganze ein bisschen herausfordernd ist. Die wollen nicht einen Teil pro Bauabschnitt oder pro Bauschritt haben, wie es ja andere große, bekannte Hersteller tun. Die wollen auch mal ein bisschen gefördert werden oder gefordert werden beim Bauen. Beim Bauen. Das tut er in einem sehr, sehr angenehmen Maß. Und das finde ich sehr schön. Ich kann, abgesehen von den paar Negativpunkten, die ich am Anfang erwähnt hatte, wirklich nichts Negatives daran finden. Auch hier, guck mal, hier vorne, wie der Flügel gebaut ist. Ich zeige es euch mal in der Baukamera, glaube ich. Finde ich wahnsinnig cool. Wie das da so schön ineinander verschachtelt ist. Und der Teil hier vorne, das lässt sich unglaublich gut bauen. Das ist echt richtig cool. Auch hier diese Verstrebung mit diesen zig Elementen der Radaufhängung. Das ist halt das, wo Technik anfängt, mir richtig Spaß zu machen. Dann, wenn du beim Bau nicht weißt, wie das am Ende alles zusammengeknuddelt funktionieren soll. Und es funktioniert einfach. Das fasziniert mich bei der ganzen Geschichte am allermeisten. Und davon haben wir hier in dem Set wirklich ein paar Sachen. Ein absolutes Highlight, habe ich allerdings noch vergessen bisher. Das ist nämlich gar nicht am Auto, sondern wie beim AMG auch, haben wir wieder eine große, bedruckte Plate dabei. Eine 8x16 Plate. Ohne Angusspunkt. Mit einem wirklich, wirklich guten, scharfen Druck. Das ist jetzt die Kamera, die wir nicht fokussieren möchten. Jetzt. Da haben wir dann die Informationen, bei welchen Rennen der besonders gut war. Und halt die Lizenz natürlich nochmal drauf abgebildet und sowas. Und diese Plate hat mir beim AMG schon sehr viel Freude gemacht. Die macht mir bei diesem Auto auch wieder sehr, sehr viel Freude. Und ich finde sie toll. Ich meine, andere Hersteller nutzen auch so eine Plate. Drucken mittlerweile sogar ab und zu mal die Daten da drauf. Und haben in der Mitte einen riesengroßen Angusspunkt. Ist dann halt gut gemeint und schlecht gemacht. Das hier ist total geil. Gefällt mir richtig gut. Macht mir wirklich Spaß. Generell, wie gesagt, das Auto hat mir sehr, sehr viel Freude gebracht. Und wer ihn noch haben möchte, schnell entscheiden, sind nicht mehr viele da. Wird nicht mehr viel auf dem Markt geben. Ja, ich denke, damit habe ich euch eigentlich alles erzählt. Was ich zumindest zu einem Formel 1 Auto sagen kann, weil ich ja alles über Formel 1 Autos weiß. Und damit wünsche ich euch einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen tollen Abend oder eine gute Nacht. Wenn auch immer ihr dieses Video schaut, habt eine großartige Zeit. Bis dahin, macht es gut. Auf Wiedersehen.